Ich habe ein Kylie Cosmetics Lip Kit Dupe auf Amazon gefunden und wir testen das jetzt. Ich suche für euch immer die spannendsten Produkte im Internet und in der Drogerie, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und heute haben wir ein ziemlich spannendes Dupe von Amazon. Ich habe es euch in meiner Story verlinkt. Es gibt einen Lip Liner und hier ist das Original Kylie Produkt. Und die Mine sieht fast gleich aus. Ich habe das in der Farbe 06. Oh, der hat eine gute Abgabe. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das andere Produkt ist deutlich kleiner als das Original. Aber auf der Verpackung steht Lip Gloss. Schauen wir mal, wie es aussieht. Füßchen ist recht klein. Riecht nach Wassermelone. Oh, die Farbe ist grandios. Ja, es wird schon ein bisschen trockener. Okay, jetzt ist es wirklich matt und es hält. Ich habe es euch in meiner Story verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Würdet ihr es kaufen? Folgt mir für mehr.